Teil A1 Markus Guten Tag, mein Name ist Markus. Ich bin 15 Jahre alt und habe am 13. März Geburtstag. Ich habe kurze, glatte Haare und braune Augen. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Die sind aber beide jünger als ich. Ich finde es nicht sehr schön, der Älteste in der Familie zu sein. Ich muss immer auf meine kleinen Geschwister aufpassen, wenn meine Eltern ausgehen. Babysitten, sowas Blödes. Dann muss ich auch noch im Haushalt viel helfen. Abspülen, einkaufen, den Garten in Ordnung halten. Am liebsten mag ich es, wenn ich ganz allein für mich auf meinem Zimmer ein Buch lesen kann.